Mein Gott, ich habe das gar nicht davor gesehen. Bei Patrick war auch eine Hose dabei, genauso wie bei Spongebob. Da frage ich mich, was ist bei Thaddeus drin? Ich kaufe eine Klarinette, das passt am besten zu ihm. Ab nach Bikini Bottom. Thaddeus ist der, der am meisten Glitzer drin hat. Bei ihm ist irgendwie nichts drin. Ich such mal weiter. Oh nein, bei Thaddeus war einfach nichts drin. Wenn ihr wollt, dass ich noch die Ananas kaufe, und da wahrscheinlich auch Gary drin ist, dann Like für Part 2.